Ja, hallo Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Tutorial, beziehungsweise einer neuen Tutorial-Reihe. Und zwar wurde ich gefragt von dem User Peters Zeug, ob ich mal ein Tutorial machen kann über so einen Liquid Drum'n'Bass Track, wie ich den in dem Isotope-Video mit dem Stereo-Imager benutzt habe. Ja, das werde ich natürlich gerne mal machen. Heute habe ich gerade ein bisschen Zeit und versuche jetzt einfach mal so generell zu erklären, wie man an verschiedene Produktionen drangehen kann. Also das ist jetzt meine Weise, meine Art, wie ich das mache. Okay, normalerweise produziere ich überwiegend Minimal mittlerweile und mache sowas eher selten. Ja, also ich sage euch gleich, ich bin auf dem Gebiet kein Profi. So, wie geht man an ein Musikstück dran oder an eine Musikrichtung dran, die man jetzt eher selten produziert? Also zum einen kann ich euch da als Tipp mit auf den Weg geben, hört euch viele verschiedene Titel in der Richtung an, in die ihr produzieren wollt. Auch wenn ihr jetzt Einsteiger seid, ganz neu anfängt mit Musik produzieren. Das, was ihr machen wollt, in die Richtung hört euch davon wirklich viele verschiedene Musikstücke an. Und ich mache das immer so, wenn ich jetzt unterwegs bin oder im Auto, habe ich dann immer die, wirklich tagelang die Musik laufen und dann setze ich mich an ein Ableton-Programm dran, also an ein Ableton-Fenster dran, an leeres und fange wirklich an, irgendwas zu produzieren. So, das als kleine Einleitung. Ja, was kann man machen, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat, mit wie viel BPM spielen solche Tracks, wie werden Drums gesetzt und keine Ahnung, ja, was weiß ich. Eine Möglichkeit ist auf jeden Fall schon mal, wenn wir jetzt gerade diese Drum & Bass-Geschichte nehmen, da haben wir ja nicht einen normalen Viervierteltakt, sondern, also, was heißt nicht einen normalen Viervierteltakt, da werden die Kicks ein bisschen anders gesetzt, wie zum Beispiel bei Techno. Ich werde jetzt einfach mal, es ist immer blöd, wenn man jetzt irgend so einen Beispiel-Track reinzieht, dann kann es natürlich sein, dass YouTube da wieder rummeckert und das Video sperrt. Ähm, von daher werde ich jetzt einfach mal hier, ähm, Dubstep und Drum & Bass, was haben wir denn da, Pure Drum & Bass, ähm, Single-Shot wollen wir nicht. Ja, wie gesagt, tut mir leid, ich bin da jetzt nicht so viel drauf vorbereitet, ähm. Ja, das ist doch schon mal ein schöner, schöner Beat, beziehungsweise schöner Loop und, ähm, das ist auch so eine Art von mir, wie ich zum Beispiel an Musikstile drangehe, die ich jetzt nicht so oft produziere. Das heißt, ich nehme hier irgendeinen Loop raus, ich sehe schon, aha, der ist mit 172 BPM, ähm, produziert worden. Das heißt, wir stellen unsere BPM-Zahl hier oben auch auf 172. Ich habe den jetzt in meine Arrangement-Ansicht gezogen, damit ich sehe, wie diese Wellenform aussieht, also damit ich sehe, wo ist die Kick, wo ist die Snare und, ähm, kann jetzt hier oben diese Loop-Funktion aktivieren und kann den einfach mal abspielen. Ja, da hat Ableton natürlich, ähm, falsch die BPM errechnet, das macht aber nichts. Also, wenn das bei euch der Fall ist, Ableton geht ganz oft hin und erkennt diese Drum & Bass-Geschichte, ähm, als 86 BPM, das ist dann einfach doppelt so viel. Dann ändert ihr hier oben diese BPM ab auf diese 172, hier unten drin steht dann 86, klickt ihr einmal auf Warp und nochmal drauf und dann hat er das auf die normale Länge gemacht und schon hört sich der Loop normal an. So, eine Möglichkeit, die ihr habt, ist jetzt, ähm, hinzugehen und wirklich zu sagen, ja, ich suche jetzt hier Single Shots, das heißt, ich suche mir jetzt, ähm, ähm, ich suche mir jetzt eine, ja, klar, das muss natürlich weg, ich suche mir jetzt hier eine Kick, eine Kick, so, hier habe ich jetzt Kicks. Ja, die ist vielleicht gar nicht schlecht, die ziehe ich mir jetzt hier in eine neue Spur rein und man erkennt ja, dass immer, dass die Kick ist, dieses, also die Kick hier, die sieht so aus. Ja, so, jetzt kann ich mir diese Kick hier an diese Stellen setzen, wo die hingehört. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, ich öffne mir diesen Loop hier und ich sehe, die Kick ist gesetzt bei 1, die Kick ist gesetzt bei 1, 3, äh, bei 1, 3, 3 und die Kick ist gesetzt bei 2 und bei 2, 3, 3, ja. Ja, so, das heißt, nächste Möglichkeit, die ich habe, ich nehme mir jetzt als Beispiel eine Midi-Spur und lege mir hier eine Midi-Spur an und setze mir jetzt bei C3, bei 1, bei 1, 3, 3 und dann natürlich bei 2 und bei 2, 3, 3 diese Midi-Noten hin und ihr seht, die ist ganz genau auf der gleichen Stelle wie dieses Audio-File. So, wenn ich jetzt hier diese Midi-Spur habe, dann kann ich mir jetzt natürlich einen Sampler, einen Simpler oder einen Drum Rack nehmen, je nachdem, wie man das machen möchte. Und, ähm, ja, ich, für meine Zwecke nehme ich jetzt hier einfach den Simpler. Ja, ähm, das ist eine Art, wie ich das mache, ihr könnt auch einfach einen Drum Rack nehmen, wenn ihr lieber mit Drum Racks arbeitet, das ist halt eure Entscheidung. Und wenn wir jetzt diesen Simpler abspielen, Ja, haben wir unsere Kick schon genauso gesetzt, wie die bei Drum & Bass halt gesetzt wird oft. Ähm, Variationen, damit kann man natürlich später noch rumspielen. Äh, das könnt ihr dann für euch entscheiden. Gut, das heißt, wir haben einmal diese Möglichkeit, wir haben diese Midi-Möglichkeit und es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Hause ein Trumpet benutzt oder auch Schlagzeuger seid, dann könnt ihr euch, das wisst ihr wahrscheinlich alle über euer Mischpult oder so, einfach was reinrouten. Ich werde das jetzt mal machen. Und zwar, rute ich mir hier jetzt einfach mal etwas rein. Äh, ich muss ganz kurz Pause drücken, das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt, ich bin aber gleich wieder zurück. So, ähm, jetzt habe ich hier meinen mein Trumpet startklar gemacht. Ja, das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, einfach so ein Beat hier einzuspielen mit eurem Trumpet oder Drumcomputer, keine Ahnung, was ihr vielleicht zu Hause habt. Ja, ich schalte das jetzt hier mal kurz auf Solo und dann könnt ihr auch einfach was einspielen. oder das Ganze mit ein bisschen Variation machen. Ja, keine Ahnung. Also, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ja, das machen wir jetzt wieder weg und wir wechseln wieder zurück in die Arrangement-Ansicht. So, ähm, gut. Was wir als nächstes dann machen können, ist uns diese Spur hier zum Beispiel benennen mit Kick und uns eine neue Spur anlegen, die wir zum Beispiel nennen werden. Ja, klar. Natürlich braucht ihr dafür eine MIDI-Spur. Diese Audio-Spur hier löschen wir mal. Diese Spur hier löschen wir auch. So, wir haben jetzt hier eine MIDI-Spur, die wir uns anlegen. Übrigens, das Tastenkürzel für diese MIDI-Spur hier zu erstellen ist STRG, SHIFT und M. Falls das jemand noch nicht weiß. Gut. Jetzt sehen wir hier, aha, die Snare ist gesetzt bei 1,2, bei 1,4, bei 2,2 und bei 2,4. Ja, das ist doch easy. Also, die Snare ist gesetzt bei 1,2, bei 1,4 und ganz genauso wieder bei 2,2 und 2,4. Jetzt können wir uns diese Spur hier benennen mit Snare und ziehen uns hier unser Drumric oder unser Simpler oder was auch immer rein und suchen uns bei unseren Samples zum Beispiel eine Snare aus. Ja, die war doch gar nicht schlecht. Okay. Dann spielen wir nur unsere beiden neu erstellten Spuren mal ab. Ja, gefällt mir ganz gut, gut die Kick. Wenn ich jetzt ehrlich bin, gefällt mir nicht mehr so gut. Man kann natürlich auch Samples layern und Samples selbst basteln und ja, will ich jetzt in dem Tutorial nicht alles machen, sonst würde das ja, glaube ich, 100 Stunden dauern, bis wir da fertig sind. Also ich werde es jetzt mal alles ein bisschen vereinfacht machen. Okay. Ja, als Grundbeat würde ich das Ganze jetzt mal so stehen lassen. Später kann man natürlich hingehen, kann dann hier hinten mal eine Kick verdoppeln oder so kleine Variationen halt reinbringen. Ja, dann sehen wir, hier ist die Hi-Hat gesetzt und zwar ist die Hi-Hat hier gesetzt sehr wahrscheinlich auf jedem Sechzehntel dürfte das, glaube ich, sein. Ja, also wie gesagt, ich habe nie irgendwie, ja, dürfte Sechzehntel sein. Ne, Quatsch, ist Achtel. So. Zack, genau, auf jedem Achtel sitzt hier eine Hi-Hat. Das heißt, das werden wir auch einfach mal so übernehmen. Setzen uns hier auch auf ein Achtel unser Bitraster und duplizieren das Ganze so. Das nennen wir jetzt einfach mal Hi-Hat und wir suchen uns dafür, ich glaube hier in dem Ordner ist bei Percussion, was Hi-Hat ähnliches dabei. So, das wäre doch schon mal was. Ja, natürlich, ganz klar, braucht ihr auch hier wieder ein Drum Rake, ein Simpler oder ein Sempler, je nachdem, wie eure Vorgehensweise ist. So, zack. Und wir spielen unsere drei Stück mal ab. Ja, läuft doch schon. Wobei mir dieser Hi-Hat absolut nicht gefällt. Ja, tut mir leid, Leute, wenn ich so ein Tutorial mache, da muss ich den Beat zumindest ein bisschen ertragen können. und jetzt scharf. die art Ja, so, Entschuldigung, dass das ein bisschen gedauert hat, aber so bin ich einigermaßen zufrieden damit. Und wir können uns unseren Beispiel-Loop jetzt wieder löschen. Okay, das Ganze hier können wir jetzt in eine extra Spur oder in eine extra Gruppe verfassen, nennen das Drums und haben unsere Drums fertig. Okay, für diejenigen, die jetzt Fruity Loops zum Beispiel benutzen, ihr könnt auch was mit dem Video anfangen. Das heißt, bei Ableton ist hier vorne auf dieser Übersicht, das ist im Prinzip das gleiche wie diese Pattern bei Fruity Loops. So, und diese Arrangement-Ansicht hier ist nichts anderes wie diese Matrix bei Fruity Loops, wo ihr nachher eure Pattern einfügt. Gut, ja, sieht hier ein bisschen anders aus, aber ist von der Funktion hier das gleiche. Also, das was bei Fruity Loops mit diesem Kästchen ist, ist hier mit diesem Raster. Also, ja. Okay, und jetzt hätten wir hier praktisch schon zumindest mal einen Drum & Bass-Standard-Beat. Ja, okay. Ja, das könnt ihr bei allen Musikrichtungen machen. Wenn ihr jetzt ein Hip-Hop-Beat machen wollt, habt ihr überhaupt keine Ahnung, ja, wie sind da die Drums gesetzt. Ihr könnt natürlich auch googeln, im Internet findet man ziemlich viel. Ihr könnt andere Tutorials schauen. Oder ihr guckt einfach mal bei Google nach einem kostenlosen Gratis-Pack von Hip-Hop-Sounds oder ihr kauft euch die Zeitschrift Beats. Und da sind oft von verschiedenen Genres-Samples dabei. Und dann könnt ihr euch wirklich mal so einen Loop raussuchen, den Loop in eure Arrangement-Ansicht reinsetzen und gucken, wie ist der aufgebaut, wo sind die Drums gesetzt. Und, ja. Ja, als kleiner Tipp vielleicht noch, dann werde ich auch gleich den ersten Teil beenden. Wenn ihr mit dieser Velocity hier rumstellt, mit dieser Anschlagstärke, dann könnt ihr damit auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Groove rausholen. Vor allem bei solchen Hi-Hat-Geschichten. Und zwar, wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet, dann könnt ihr hier diese Anschlagstärke verändern. Also ein Drummer zum Beispiel, der wird niemals eine Hi-Hat mit jedem Schlag gleich fest spielen können. Deshalb ist so eine Trumpet-Geschichte oder Trump-Computer-Geschichte sehr interessant. Wenn man wirklich mit der Hand oder mit einem Trump-Stick diese Samples einspielt, dann kommt halt automatisch so eine leichte Velocity-Variation zustande. Ganz wichtig ist natürlich dann auch, dass ihr zum Beispiel in eurem Simpler, Sempler oder in eurem Drum-Rack, ähm, ich werde einfach mal hier ein Drum-Rack öffnen, da habt ihr ja im Prinzip das gleiche. Ja, ihr habt ihr hier, ähm, so, jetzt habe ich aber alle durchgeklickt. Ja, okay, ist, Ableton ärgert mich mal wieder und will, dass ich da jetzt irgendein Sample hinsetze. Okay, dann machen wir das doch mal. So. Das heißt, ihr müsst hier diese Velocity, im Drum-Rack zum Beispiel ist die schon standardgemäß auf 45 hochgesetzt. Ihr müsst halt einen Velocity-Wert einstellen, ähm, ähm, der natürlich höher ist wie 0, damit diese Anschlagsstärke auch von Ableton wahrgenommen wird. So. Jetzt könnt ihr dann zum Beispiel hingehen, könnt ihr die erste Kick ein bisschen mehr betonen, die zweite Kick ein kleines bisschen weniger betonen. Dann diese zwei Stück wieder duplizieren, damit ihr hier automatisch auch die Anschlagsstärke ein bisschen weniger habt. So. 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 Ja, so läuft das Ganze und wird ein bisschen lebendiger, also nicht so statisch. Mit solchen kleinen Spielereien bringt ihr halt einfach ein bisschen mehr Leben rein. Okay, ich speichere dieses Projekt jetzt ab und werde dann im nächsten Teil mit euch weitermachen. Mal schauen, wie wir das Ganze weitermachen. Also ich habe noch keine Ahnung, habe mir jetzt noch nichts überlegt, aber wir werden schon was finden. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte denkt daran, unten den Daumen nach oben zu klicken, mich zu abonnieren und ja, weiterhin meine Videos zu schauen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, über Kommentare, Verbesserungsvorschläge oder sonstiges freue ich mich natürlich auch. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Schauen dieses Videos und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder sonst irgendwas. Bis dann Leute, ciao.